Guten Abend. Ich habe am Wochenende in der Frankfurter gelesen, dass jetzt im Oktober die 7 Milliarden Grenze erreicht wird, Bevölkerung. 7 Milliarden und in 40 Jahren sind es dann 9,3 Milliarden und in 90 Jahren, Ende des Jahrhunderts schon, sind es 28 Milliarden Menschen auf der Welt. Wenn sie sich nicht so schnell vermehren, dann nur 20 Milliarden. Haben sie einen Moment Fantasie für 20 Milliarden Menschen in 90 Jahren? Das wird ein Abenteuerspielplatz. Gut, dass die Katholiken Kondome nicht verwenden dürfen. Ja, wir müssen dicht machen hier in Europa. Dänemark hat ja schon angefangen jetzt. So muss das jetzt weitergehen. Jetzt kommen ja schon die Afrikaner. Es ist furchtbar. Jetzt wollen die Freiheit. Wer braucht denn so einen Scheiß? Es ist entsetzlich. Jetzt müssen wir die in Zukunft als Menschen behandeln. Es wird furchtbar. Alles wird teurer. Der Kakao wird teurer. Pauschalreisen, Safaris, alles. Entsetzlich. Wir bleiben auf den ganzen subventionierten Lebensmitteln hängen in Zukunft. Können die Hühnerfüße selber fressen demnächst. Die kaufen das doch nicht mehr. Dabei hätten wir jetzt so wichtige Sachen zu tun hier. Wir haben Schlaglöcher in den Autobahnen und so. Wir müssen uns kümmern mit Patenschaften und so. Die kommen einfach. Die Afrikaner haben überhaupt kein Gespür für Timing. Überhaupt nicht. Null. Null. Ich, ich, ich der Afrikaner immer. Und das sind da ganz normale Menschen auf diesen Marktplätzen. Haben sie es gesehen? In Ägypten und Tunesien. Junge Leute, die haben Telefone und alles. Moslems, die Demokratie wollen. Das ist furchtbar. Jetzt müssen wir den Peter Scholler-Tour umformatieren. Ach, das ist entsetzlich. Das ist doch scheiße. Und die ganzen anderen alten Saftsäcke und Giftswerge, die seit Jahren in unseren Talkshows rumsitzen wie Altreaktoren und alles verstrahlen, mit ihrer fremden Angst. Die gehören längst vom Netz, die alten Säcke. Aber zum Glück, zum Glück gehört die Zukunft den jungen Frauen und nicht den alten Männern. Deswegen führen wir ja auch Krieg in Afghanistan für Frauen. Ne? War doch so. Für Frauen und für Brunnen und für Grundschulen. Ne, Herr Struck? War doch so, Herr Struck. Für Frauen und für Grundschulen und für Brunnen. Das ist ja oft der Kriegsgrund gewesen. Man kennt das ja aus der Geschichte. Immer schon wurden Kriege für Frauen und Grundschulen geführt. Und für Brunnen. Immer schon. Früher. Ja, sicher. Erinnern Sie sich doch. Ja. Erinnern Sie sich an die Die phönizischen Frauen- und Brunnenkriege oder die babylonischen Grundschulkriege. Man kennt das doch. Ja. Die römischen Grundschulbesatzungskriege. Man kennt das alles. Zwei Weltkriege würden für Frauen und Grundschulen und Brunnen geführt. Immer. In Hiroshima wurden die Frauen befreit. Drei Tage später in Nagasaki, weil es nicht gereicht hat. Man kennt das. Gott sei Dank. Deswegen sind wir auch in Afghanistan. Vielen Dank, Herr Köhler, dass Sie uns die Wahrheit gesagt haben letztes Jahr. Schade. Wo sind Sie eigentlich jetzt? Und für Bin Laden. Also, ich bitte Sie. Bin Laden war längst Folklore. Der war längst im Ruhestand. Die glauben jetzt mit großem Tam-Tam so einen 16-Ender geschossen zu haben. Hä? Das war... Das kickt doch nicht. Das war längst ein Terrorist-AD. Wir haben längst Al-Qaida 2.0. Al-Qaida kann jeder im Wohnzimmer basteln. Also, dafür kann es nicht gewesen sein. Vielleicht finden Sie ja noch Massenvernichtungswaffen am Hindukusch. Ja, doch was. Und jetzt kommen die Romantiker immer und sagen, ja, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Quatsch mit Soße. Die Wahrheit muss immer schon längst tot sein, bevor es überhaupt zum Krieg kommen kann. Klausewitz. Ungleichlich. Kann nicht wahr sein. Klausewitz, du Hippie. Schlaf weiter. Und die sind zynisch, weil sie sich selber in die Luft sprengen, die Armschweine. Ich wäre so gerne Drohnenpilot. Dann könnte ich von zu Hause aus arbeiten. Das wär's. Ich hoffe nur, dass die mit dem Gaddafi nicht den gleichen Fehler machen wie mit dem Saddam Hussein. Man lernt ja so schlecht aus der Geschichte offensichtlich. Den Saddam Hussein, den haben sie ja in irgendeinem Erdloch gefunden und dann erst mal ein bisschen erniedrigt und aufgehängt. Saddam Hussein hätte nach Den Haag gehört, vor das Kriegsverbrechertribunal. Allein schon für das, was er den Kurden angetan hat. Hat das jemand gefordert? Ich kann mich nicht erinnern. Und das wäre ein Prozess geworden. Da wäre ich aber nachts für aufgeblieben. Saddam in Den Haag? Nach den ersten drei Prozestagen hätte die Familie Bush bis ins letzte Glied nach Saudi-Arabien auswandern müssen. Das hätte ich mir gerne angeguckt. Aber Saddam Hussein durfte auf keinen Fall nach Den Haag. Weil nämlich Amerika das Kriegsverbrechertribunal nicht akzeptiert. Ich glaub gemeinsam mit Somalia, China und Russland. Ja, also, ich mein, das wär doch interessant gewesen. Die Gesprächsprotokolle zwischen Saddam Hussein und Donald Rumsfeld aus den 80er Jahren wär doch von öffentlichem Interesse gewesen. Den Fehler machen sie hoffentlich nicht mit dem Gaddafi. Das wär interessant, wenn der auspackt. Was der mit Tony Blair und Gerhard Schröder in den Beduinenzelten immer besprochen hat? Wann Billfinger Berger in Libyen endlich Arbeitsplätze schaffen? Das würden wir gerne mal wissen vorab. Wenn der Gaddafi auspackt, dann kann der Sarkozy mit dem Berlusconi auf Elba Doppelkopf spielen. Das schwöre ich nicht. Ja, sicher. Aber, das wird aber so. Ja. Ich finde überhaupt, Lampedusa sollte man einfach den Tunesiern überlassen, oder? Dann hätte man's los und die haben Spaß da sowieso. Ja? Die Tunesier, die wollen doch Demokratie jetzt. Ich finde, man sollte ganz Italien den Tunesiern geben, dann haben die Italiener endlich mal Demokratie. Das wird doch mal, man muss größer denken. Man muss nicht machen hier den Laden, ist klar. Festung Europa. Ich lach eine Woche. Nette Idee. Soldaten für Krieg können wir uns gar nicht mehr leisten. Krieg ist Luxus längst. Das bisschen, was man daran verdient. Die Soldaten müssen doch in Neapel jetzt schon den Müll wegräumen. Geht überhaupt nicht. Soldaten müssen, weil die Polkappen schmelzen. Rund um Europa Sandsäcke schleppen in Zukunft. Das wird nicht mehr gehen. Wie erklären wir das unseren Kindern in 30 Jahren mit dem Klimawandel? Die werden uns fragen, was habt ihr gemacht Anfang des Jahrhunderts? Ihr wusstet doch genau, wie das mit dem Klimawandel ist. Wieso habt ihr keine Deiche gebaut damals? Was habt ihr gemacht 2009, 2010? Ja, wir haben die Glühbirne abgeschafft. Ja. Ja. Ja.